Ich war genau wie ihr. Verletzbar. Unsicher. Hatte Angst vor dem Tod. Dann hat sich alles geändert. Vor gerade mal zwölf Stunden. Bitte, Sie können nicht! Ich weiß nichts! Ich hab nichts getan. Ich flehe Sie an, bitte! Wir haben ein Päckchen mit etwas sehr speziellem in Ihren Bauch eingesetzt und Sie werden es für uns transportieren. Befolgen Sie die Regeln und es wird niemand verletzt. Ich bin nicht in Stimmung. Es heißt, wir Menschen nutzen nur 10% unserer zerebralen Fähigkeiten. Aber... Was, wenn es einen Weg gäbe, Zugang zu 100% unseres Gehirns zu erlangen? Wozu wären wir dann fähig? Ja? Professor Norman, ich habe Ihre Forschungsarbeiten über das menschliche Gehirn gelesen. Es gibt ein paar Lücken, aber Sie sind auf der richtigen Spur. Danke. Ich bin zu Dingen fähig, die ich niemals zuvor getan habe. Ich spüre alles. Und ich kann die Elemente um mich herum kontrollieren. Das ist verblüffend. Wir müssen uns treffen. Glauben Sie mir. Die Chemikalie erlaubt ihr, neue Areale ihres Gehirns freizuschalten. Sie hat... Fähigkeiten. Es darf nicht in falsche Hände geraten. Dann sollten wir gehen. Miss, keine Bewegung. Bitte nehmen Sie die Hände hoch. Ihre Gehirnkapazität wächst mit jeder Minute. Was passiert, wenn Sie die 100% erreicht? Ich habe keine Ahnung. Aber sie ist der Schlüssel. Zu allem. Ich fahre. Hey, nein, das ist ein Polizeifahrzeug. Das ist ein Polizeifahrzeug.